Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's für Elias und heute schon weiter ist hier die für euch. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr einen Teil eures Bauches unsichtbar machen könnt, beziehungsweise deutschsichtig, also dass man da einfach deutsch sehen kann. Ich persönlich finde das Hammer geil. Ich musste übrigens einen anderen Account nehmen, da ich auf meinem persönlichen Account in Vibe war. Und bei Vibe kann man das leider nicht machen, deswegen braucht ihr auf jeden Fall einen männlichen Account. Was ihr machen müsst, ist einfach nur ein Staku anziehen. Ist eigentlich scheißegal, welches ihr da nehmt. Ich empfehle euch ein offenes, also nicht eins, wo zugeknöpft ist, weil sonst wird das Ganze nicht so gut aussehen. Und ihr seht jetzt hier, ich meine so eins, wo halt nicht zugeknöpft ist. Wenn ihr es gemacht habt, dann geht ihr einfach unten auf Business and Nice. Das glaube ich, ich kann es leider gerade nicht lesen, aber ich habe es ja erkannt, was da steht. Und ja, da wählt ihr auch einfach nur ein beliebiges aus, ist scheißegal, welches ihr da nehmt. Dann geht ihr da rüber und wählt eine Krawatte aus. Ist natürlich auch scheißegal, welche Krawatte ihr da auswählt. Es muss auch eine Krawatte dabei sein. Wenn ihr es dann gemacht habt, dann geht einfach wieder zurück an die Kleider, also an die Oberteile. Und dort müsst ihr einfach nur ein T-Shirt auswählen. Und wenn ihr ein T-Shirt ausgewählt habt, dann seid ihr eigentlich schon fertig. Ihr seht jetzt hier gleich, ich gehe auf T-Shirts und wie ihr seht, ist die Hälfte, also untere Teil meines Bauches, unsichtbar. Ich persönlich finde es auf jeden Fall ziemlich geil und es ist ein kleiner Satz für die unsichtbaren Arme. Natürlich nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall auch sehenswert, finde ich. Und ja, ich bin übrigens der erste Deutsche, der das hochgeladen hat. Deswegen finde ich, man kann da ziemlich krasse Reaktionen aussammeln von euren Freunden zum Beispiel. Jetzt habe ich, denke mal, so viele wissen das noch gar nicht. Und ja, das war's wieder mit dem Video. Bitte werdet ihr dieses Video, falls es euch gefallen hat. Ich bin mal weg. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.